Leute! Wyatt ist verschwunden. Captain Blazkowicz sucht nach ihm. Wyatt. Was ist nun mit ihnen los? Hey, Bruder Blazkow? Captain, ich will Ihnen mal kurz was zeigen. Hallo. Max Haas. Glaubst du, ich sehe das nicht? Wie du es dir leicht machst? Glaubst du, ich kenne das nicht? Mit anzusehen, wie Freunde ermordet werden? Meine Familie! Meine Kinder! Und wie einfach es wäre, sich im eigenen Kopf zu verkriechen, bis das Leben nichts mehr bedeutet? Weißt du, was ich tun musste, um nicht zu zerbrechen? Um mich zusammenzureißen? Um die Bilder auszublenden? Ich ertrage es nicht, dich so traurig zu sehen, weil es mich daran erinnert. Weil die Bilder zurückkommen und mich traurig machen. Ich kann mich nicht wieder verkriechen. Denn nächstes Mal komme ich nicht wieder raus. Verstehst du das? Also lach mal, Max. Um Himmels Willen, lach mal. Max Haas! Lächeln! Max Haas! Lächeln! Max! Lächeln! Max Haas! Max Haas! Scheinbar kann ich dich nicht glücklich machen. Und in deiner Nähe bin ich traurig. Max Haas! Max Haas! Max! Max! Das war's für heute. 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 Gute Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020